Da sind wir wieder zu Gameset & Mats. Wir haben ein Special Guest, habe es vorher schon gesagt, sehr glamourös ist sie hier bei uns. Hat 77 Weltcup-Rennen gewonnen in Lince-One. Und natürlich den Gesamt-Walkup, ein paar Mal und sonst noch alles Mögliche. Schön, dass du da bist. Die große Leidenschaft ist natürlich Skifahren, aber Tennis kommt gleich danach. Was magst du denn so gerne an diesem Sport? Ich mag dieses Körperliche, dass es so einer gegen einen ist. Du weißt auch genau, was wir gerade auch gesehen haben, die taktischen Spielchen, wie sie mental gegeneinander spielen. Ich mag das. Ich würde auch gerne besser spielen, aber es ist okay. Ich bin halt besser im Skifahren. Ja, du spielst gut. Wir haben den anderen Tag gespielt mal und du hast richtig gut gespielt. Willst du deinen Tennis verbessern? Ich versuche es natürlich, aber ich hatte ja immer Probleme mit dem Knie. Insofern kann ich nicht so, wie ich will. Wenn du hast, ich hätte, würde ich wahrscheinlich mehr spielen. Du hast aber die richtige Einstellung. Ich mag einfach den Wettkampf. Nehmen Sie jetzt Mats auch mit zum Skifahren? Er ist ja schon oft Skifahren gefahren. Er kann das auch ganz gut. Ich bin aus Schweden, okay? Müssen wir es natürlich noch testen, wie gut er ist. Du bist ja auch Teil von Eurosport. Bei Chasing History haben wir dein Leben nachgezeichnet. Hat das Spaß gemacht? Ja, das war so hinter der Bühne sozusagen. Das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ging um mich und darum, dass ich Egemas Rekord brechen will, Egemas Zenmark meine ich. Das ist natürlich ein großes Abenteuer und ich freue mich, dass ich Teil von Eurosport bin. Du bist auch sehr gut befreundet mit Roger Federer. Er ist dein liebster Tennisspieler. Er ist ja auch auf Rekordjagd. Wie inspiriert das jemand wie dich? Roger ist so ein großartiger Typ. Und er lebt für seinen Sport. Und das sieht man auch, wenn er spielt. Er war ja auch verletzt. Und viele haben gesagt, er ist zu alt und kann kein Comeback machen. Das haben die Leute mich auch immer gefragt, aber es ist natürlich Quatsch. Natürlich kommt er wieder, genauso wie ich. Natürlich bin ich nicht zu alt, klar. Ich bin auch sehr motiviert, genauso wie Roger. Ich hoffe, dass er noch weit kommen wird und ich mache das auch. Was möchtest du denn noch erreichen? Vielleicht auch im Februar mit den Olympischen Spielen. Ist das das große Ziel für dich? Ja, natürlich ist das das große Ziel für jeden Athleten. Chasing History und Ingemars Rekord zu brechen, ist natürlich auch ein großes Ziel. Aber das werde ich nach den Olympischen Spielen versuchen. Ansonsten will ich versuchen, mich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Vielleicht schaffe ich ja beides. Versuch's auf jeden Fall. Das zweite Halbfinale der Männer steht bevor. Rafa Nadal gegen Dominique.